so hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas wir werden jetzt wieder eine Luigi-Emotion machen ohne Auto so wie es aussieht ist ja mal richtig geil dass wir ein Auto in der Garage haben so ähm ja hätte jetzt auch mal was sehr cool, da steht immer noch der Wagen mit dem ich von hierher gedüst bin so wie die Idee ich weiß es nicht ja komm nehm wir ihn mal oh ne komm ich nehm so Kack Taxi da kriegen wir wieder Geld wo man den Spiel fast kein Geld braucht geil habt ihr das grad gesehen jo voll die Gangster Mucke alter geht's hier richtig ab alter alter man ey kündig ich nochmal fahren so Schluss mit dem Scheißen dann machen wir hier jetzt mal weiter bei dem Sex Club da sehen wir mal hier jetzt was da los ist Misty und der Mafioso mein Gott ey muss ich jetzt schon wieder jemand abholen ey zumal hackt's eigentlich noch oder wie seh ich das wieso muss ich die ganze Zeit hier Frauen abholen ey verpiss dich jetzt man die stehen hier die ganze Zeit dumm rum die hätte doch auch selber zu ihm bringen können ey wer wohnt weiter der oder ich ey ich weiß es nicht ich darf jetzt nicht wahr sein kann jetzt halt mal ein bisschen schneller machen hier so fresse jetzt ob's falscher Knopf gedrückt egal so dann fahren wir jetzt mal hier aus der Ausfahrt raus und bringen die mal zu ich würde als Frau an Angst bekommen wenn ich hier wenn ich hier so wenn ich eine Frau wäre wenn ich jetzt hier zu einem mitfahren müsste der so rumfährt alter das ist schon heftig, ne? So, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Jetzt haben wir ja schon wieder Bullen am Arsch kleben, alter. Egal. Komm, verpisst euch jetzt, ey. Jetzt geh ich mal hier lang. Und dann liefern wir mal die ab hier. So. Das war's dann auch schon. Oder wie sehe ich das jetzt? Oh, oh. Joey! I'm gonna get to play with me again? Robby with you in minutes. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable to come back with me. I'm gonna get to work for you. Alright. Okay. Gut, der hat dann also auch Arbeit für uns. So wie das aussieht. Ich glaube, ich könnte die noch starten. Ne, man muss nicht. wir starten dann nächstes Mal rein bei Let's Play GTA 3 Biestern